Ich habe den Tag heute als sehr interessant empfunden. Ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen, obwohl wir auch schon die neutrale Produkte anbieten. Aber gerade auch was den Goldstandard angeht, habe ich festgestellt, wie hochwertig der ist, was ich bisher gar nicht wusste. Auch die verschiedenen Infos von anderen Firmen waren schon hochinteressant, also da kann heute jeder etwas mitnehmen, was für ihn sehr wertvoll ist. Es ist natürlich ganz selbstverständlich, dass wir auch unser Unternehmen klimaneutral gestört haben, hier in Europa. Heute hat es uns natürlich sehr viel Spaß gemacht, hier zuzunehmen, weil wir hier aber weitere, die es auch ein bisschen hindert auf der Planung. Sie sehen eine Ausführung für zwei Kreise. Die größten Kreise sind zwei Grad ziehen. Man hat ja lange gesagt, wir können eine globale Erwärmung von mehr bis zwei Grad nicht überschreiten. Es ist hier ein Raum zum Kontakten, zum Netzwerken geschaffen, was sehr erfreulich ist. Genau, in dem Sinne war es allein deswegen schon eine erfolgreiche Veranstaltung, aber aufgrund dessen, dass ich einfach viel informierter bin als vorher, hat sich die Reise nach Hamburg schon gelohnt.